Michael Ström, Florian Camberi, 3 zu 2 für GC, doch noch das Siegestor für die Grashoffers. Camberi entscheidet mit seinem ersten Superleague-Tor das Zürcher Derby. Offensive Florian Camberi macht das clever, ein kleiner Rempler und der Weg ist frei, 1 zu 1, 45. Minute. Das entspricht nicht unbedingt dem Spielverlauf, ist aber der Stand zur Pause. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich brauche, dass wir die drei Punktenten holen können in der Derby-Sieg und persönlich freue ich mich umso mehr. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.